Aber hey, mach weiter ein Ding. Zumindest hoffe ich euch tapferen Dämonentötern, meine Hilfe anbieten zu können. Ich nehme gerne etwas von eurer Last und pass auf überschüssiges Gepäck auf. Ähm, schließe ich kurz. Ja, danke. Hier. Sei mein Schild. Schild Bad. Okay, gut. Wir sollen hier rein, weil die alte Zimtziger ist ja irgendwie auch nicht da. Gibt ja mal einen Ring. Ich hab schon ein paar probiert. Deswegen ab in den Scheiß. Okay. Nein, nimm jetzt nicht. Na, schüss. Schüss. Ach. 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 So. Wir gehen hier voll auf Maggi. Das ist in der Sinn mit der Maggi. Ich muss noch mal relativ kurz durchkommen. Ich glaube, den Anfang kennen die meisten schon. Daher, äh... Ich muss noch nicht zu fern und auch nicht durchzuziehen. Warte mal. Toll du. Wow. Wie schön. Hier ist nichts. Starge... Starge 2. Oder... Geh weg. Wollt doch nicht alle, Alter. Ist das ein Deppert oder wo? Ich würde weg, dann könnte man hier in den Schuh wieder was verkaufen. Ja, das wäre man nicht. Ich hätte so gesehen. Ich hätte auch noch mal gebrochen, Alter. Ja, das wäre nicht so rum. Jetzt geht nicht fliegen. Dann geht es hier. Dann drehen. Dann... Dann... Verdammt. Oh, gut. Das funktioniert. So, damit haben wir jetzt rum und ganzen. Die ersten 6 Meter easy geschafft. Find ich ganz kurz. So, kommen wir später hinein. So, jetzt greifen wir mal zu normalen Sachen wieder. Hi. Warte kurz. So kurz mal umstellen. Dann... Heilung. Nein. Nein. Warte oder so. Ach so, ah. Klingt genau so. Da war ja was. So, hier ist hier mal ein Tropf gegangen. Scheine in Ecke drängen. Und gegen sein Willen. Wo mein Date gebeten worden. Man kennt's ja. Na links und rechts. So, so. Nein, halt, stopp. Ich hab gesagt. Sag mal. Keule. Hey. Guten Tag, der nächste Witte. Nicht in hier. Böse Leiche. Böse, böse Leiche. So. Aua. Hier ist bloß ein Filter. Ein Loch oder so. Könnte... Könnte... Könnte wird nur irgendwann... Später einfach ein tiefes Loch fallen. Zwei Stunden, aber nur fallen. So. Ja, nein. Kann ich auch wechseln? Hup. Hup. Hat er nicht immer. Was ist denn das? Was meinst nicht zu euch? Zumindest immer so. Okay, cool. Ich komm nie mal in den Raum. Aber hey. Nieren durch. So. Zurück. Da. Und bei Silvester. Verboten. aus der zeitung in lesen mal schön sind außer dienst das war der erste ach so ich dachte ich habe die andere nicht cool nicht cool nicht cool ach der hat so red naja auch nicht cool gar nicht cool klärt das ist der bester bildermeister kommen wir kurz nein 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 gute würde einen kameraden schon bessere heilung die wird bekommen so da oben weltberühmten wo den stones also nur links dorn also erst einsam haben wir das haben stein wir laufen durch die gegend schnitzeln und hier durch die gegend und das ist jetzt ohne froh ey da und da Du Monster! Ich lass mal jener welchen. Ok, da hat's nicht standen. Den nehmen wir an. Wie mich diesmal nicht angreifen ist... Ja, da. Eigentlich, oder? Ich weiß es nicht. Magitechnik geht eigentlich gerade. Wie gesagt, am Anfang, du brauchst es eigentlich gar nicht gegen den Versuchen. Also habe ich zumindest das Gefühl, weil er rennt einfach durch den Tod. Und ich glaube, ich bekomme noch Schade über Zeit. Irgendwie scheiß von ihm. Ich wollte es einfach nochmal demonstrieren. Lasst es einfach sein. Wenn ihr das Spiel anfangt und so. Wenn ihr euch leveln kommt und so, danach gerne. Aber davor... Oh geil, wir haben es nicht. Leider. Also man könnte ihn vielleicht wirklich schon besiegen, aber... Das ist ja wie ein Bosskampf. Ja, wer will mir... Da spüren die mit, als wir Bosskämpfer. Ich hoffe, ich habe es noch zu sehen. Na, er kommt jetzt mal sehr. Weißt du das? Wir müssen noch fliegen. So indiszipliniert. Schau. Schau. leute hat das was nicht hässlich richtig cool zocker aber gut noch klappt alles noch mal dabei ganz schlechte nummer nicht runterfallen ist tödlich wechseln so wie es gehört und nein 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 das war nein 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 einfach nein ein bisschen mehr das war etwas ganz schön der arme schild ja war knapp habe ich auch in der oberwohr wobei geschlittert nein 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 tschüss dass man die die dauer sehr ungünstig ja sehr ungünstig das ist egal die Züge entschlossen ist echt nicht cool der kann zu viel lehnen verloren interessant aber Heilung bekommen so ein bisschen bessere Heilung durch bloß hier bestimmt normale Gras so irgendwo da vorne muss noch eine Leiche liegen kommt hier reagiert nicht gleich auf mich ne tut's nicht ok gut hab mir einfach nur tausendmal mehr Bums hinter dem Wunderbrauch oder Zauberwunder ich weiß grad nicht was wir wirken aber auf alle Fälle ich war doch ein bisschen überrascht dass es nur so bin ich gemacht das ist das ist das ist das ist das ist so das gehen wir erstmal hier lang weil ich glaube ich hier drüben war noch ein bisschen was ne ne aber keine Gegend machen ne 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 steine kommen wir nicht durch klar gut macht keinen Sinn Brandenbomben brauchen wir alle noch zwei Kinder haben wir das heißt ja angriff auch man kaum gegner trifft die von uns noch umkommen ich habe schon stärkere heilung reingesetzt das wollte ich jetzt nicht ich wollte aber das hier und bis hinweg leute oder runter doch habe ich ganz gut bin ich aber beeindruckt von mir so ein schalter so kurz wenn wir da schauen ach steht langsam der zeit okay wieder her ich habe ich noch nichts ist klar hier kann ich passen kaputt was das werden kann ich nicht führen weil zu schwer und wenn zu schwer dann hat man einfach weniger bums das waren die zwei leichen die ich bekommen habe als gewürzt da haben wir später für einen anderen ring den man sich bei den krähen holen kann ich denke mal die meisten werden sogar noch also alle die spiel kennen werde ich nicht mehr ansprechen aber später im spiel kann man ein krähen erfinden und in dem sinne kann man denn die krähen sind glänzte sachen glänzte sachen gegen andere sachen tauschen ich glaube für den jahre schmuck habe ich einen ring bekommen der über zeit wieder gesundheit wieder herrscht ich mich recht im sinne noch mal kurz mal hier schauen weil hier war das auch noch was oder war hier nichts und wir wissen nie wann was wirklich hier ist naja leichter armburg und holzpulte und damit regieren wir auch schon mal ein bisschen weiter hier ich glaube es ging jetzt hier rechts hoch ja doch rechts hoch soll ich mich gerade überlegen da noch mal runter oder gehe ich jetzt hier durch da ist das da warte mal wo führt mich das jetzt überhaupt hin hier war es doch schon mal gab es doch noch was zu entdecken muss ja küsse runter zum glückten so viel zeit in anspruch aber hier ist man bloß da und hier oben nichts weiter okay gut weiter doch umsonst okay tut mir leid da ich das wohnen bloß aus der seenrotter gefallen bin hätte ich dachte ich hätte noch was übersehen ach hier wurde wo die stein kugel ist das hätte ich jetzt irgendwie im gedanken dass der da oben wäre noch also vielleicht hat er hat seele und ob wenn wir es und ich nutze ich benutze wenn ich da den stadt den stadt verlegen hat vom leben und dann